Simon, der draußen anliegt. Ist das ein YouTuber? Na das ist jetzt wirklich... Nein, 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 nein! Shirin David! Ohhhhh! Ich habe nur geraten! Hahaha! Sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Ganz genau, willkommen zu einem neuen wunderschönen Video mit wunderschönen Special Guests und zwar einmal Daniel Gürtis hier dabei. Baikonese ist hier dabei. Giorno! Wir erraten heute wieder Zeichnungen von Falco, aber diesmal was anderes. Diesmal erraten wir YouTuber, die Falco zeichnet. Ich glaube, ich bin der Bessere in diesem Spiel, aber das wäre eine gute Idee. Geht's wieder los mit dir? Hast du Angst oder? Falco, wett diesmal! Die Freundschaft wird gewinnen. Lassen Sie uns beginnen! Diesmal werde ich richtig reinhauen. Diesmal werde ich so heftig reinhauen. Das habe ich schon mal gehört. Bis jetzt ist es ziemlich schwer. Das ist... Ben Laksa! Nee! Das ist... Nein! Was? Das alles! Jaaaa! Nein, digga! Boah! Okay... Alter, wie krass gezeichnet! Ich habe es immer gesagt, aber ich wollte das nicht. Voll gut, ey, ich habe mit dir einen Punkt gebracht. Wunder, alles! Was ist das nicht? Was, digga?! Oh, voll gut, wie sieht's aus? Mann, Mann, du! Okay, ey, das war gut, das hätte ich rot angefühlt. Digamann! Oh, das geht aber sehr gut los, oder? Ah, scheiße! Wieso fängst du ja nicht jemand mit Nasen an? Tollepirosa! Jaaa! Was ein Wu-Girl ist, ich erklär's euch. Aber was ist das für eine Nase? Was machst du an den Nase? Wie würdest du mich weiter zeichnen? Komm, jetzt will ich ja mal sehen, dass du mir nie verkackt. Jetzt hab ich Angst. Du bist jetzt verletzt, oder? Richtig Diskriminierung, ne? Boah, ich hab echt auf einmal so einen richtig schönen Kind. Also sieht eigentlich null aus wie dein, oder? Na klar, attensiv, attensiv. Sieht aus wie so ein Charakter, so ein Anime-Charakter. So ein böse... Jetzt wieder so ein Anime-Charakter. Alter, Alter! Hat der Maul. Du musst ihm nicht so schmeicheln, ne? Alter! Hast du dir seine Gesichtsform? Wow! 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 Ja, genau! Ne, das ist die Idee doch. Wirklich egal, nein! Vorstellung versus Realität. Wow! Ja, okay, können wir jetzt mit Daniel aufhören? Ich hab' verstanden. Er hat jetzt einen Punkt, gut. Wir können den auch sogar aufschreiben. 1-1! Sieh' aus wie ein Pirat. Zeig' mir doch mal. Richtiger Pirat, Dig. Wo hast du dein Herz versteckt? Such die doch! Ich lache, ich niese, ich habe Blasenschwäche. Das ist... Hat nicht so ein böses Gesicht daran. Das ist... Oh Scheiße, ist das schwer irgendwie. Bibi! Das ist Melina! Sophie! Shirin David! Ich habe nur geraten! Kann es sein, dass du dumm bist? Das Ding funktioniert nicht. Wir sollen das fixen. Das ist extra so. Die Zukunft ist jetzt. Die Technik ist so fortgeschritten. Man kann da sogar drehen. Ich schenk dir meine. Davon hatte ich Angst. Nichts passiert. Wie kann ich sagen, Where the road goes Where the day flows Only time Also Dima wollte mir für einen Dreh später die Kamera auslegen. Ich habe sie sogar dabei. Ich habe sie nicht gebracht. Werden wir mal sehen, was passiert. Ich bring sie auch mal zum Dreh. Das verstehe ich nicht. Das ist mein Punkt. Das ist sowas für mein Punkt. Na das ist jetzt wirklich... Das war Dima. Ich habe es gehört. So eine halbe Sekunde. Meine linke Seite. Jetzt fängt er mit Ohren an. Jetzt bin ich verwirrt. Das ist Rezo. Hey Moritz. Toni. Nee. Luca Konkrofter. Max Kranker. Helmer und Moritz. Habe ich doch schon gesagt mal. Das ist von Luca. Das ist zu jung. Das ist zu jung. Jan Elbecrime. Dena. Nee. Ist der junger oder älter? Aber der so... Die Twins. Ohhhhhhh. Kill auf den Kehl. Heute bin ich ein bisschen auf Foxy. Gut, gut. Nicht schlecht. Einen Punkt. Einen Punkt. Einen Punkt. Machen. Bitte. Bitte. Schon geht es los. Wieder eine Nase anfangen. Was ist das für eine Nase? Das ist ja ein böses Mädchen. Katja. Oh mein Gott. Einfach so. Einfach dicke Lippen. Alter. Dicke Lippen. Mal du sie jetzt weiter. Krass. Oh. 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 Also weißt du warum ich mich nicht erkannt habe? In meiner Vorstellung sieht Katja viel 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 hübsch aus. Was hast du mit dir gemacht? Ich wollte sie ein bisschen so aggressiver. Ein bisschen böse. Du hast meine Traumfrau verurschtaltet. Falco das liebt nicht. Scheiß aber jetzt ist der Abstand ein bisschen groß. Oh. Dima. Ich hör dich schon gar nicht mehr. Du bist so weit weg. Weißt du meine Spezialität ist es ganz am Ende noch mal rein zu kommen. Und dann komme ich von hinten. Da komme ich so weit weg. Okay aber ein bisschen total. Melina Sophie. Hör auf zurück ab. Wer ist wirklich der gedacht das die das ist? Die hat süße Augen auf jeden Fall. Ich weiß wer. Ist ein bisschen verbirrt. Andy the dog. Annikations. Ähhhh. Welche Mädels gibt es denn überhaupt noch? Das ist. Okay. Ich weiß gar nicht. Mach mal die Haare jetzt. Ja. Paola. Schon ziemlich lange. Lange Haare. Kelly. Mrs. Willow. Nee. Sorry wenn du das hast. Regina Hicks. Nein. Schon wieder. War das? Das ist schwer. Diana. Der Löwe. Nee. Dagi. Ein bisschen Dagi ist sie aber. Das ist. Sonne Loops. Ja. No. Oh man. Darauf hätte ich kommen können. Computer sagt nein. Mann alter Scheiße. Machen sie diese. Nein. Genau. Genau. Du bist traurig der Energy? Ja. Man hätte noch Master Scope jetzt. Aber die sieht wirklich aus wie Sonja oder? Das ist schon gut gemacht. Na was sagen sie jetzt für ihre Situation? Da kommt ja langsam wieder. Da kommt ja keine Bosse. Es wird schon besser. Kann ich in deine Zähne reinmachen? Nein danke. Und jetzt? Was ist besonders? Was ist besonders? Ach was besonders? Apo Rap. Spongeboss. 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 Boah. Ohaah! Jungbao! Julian Brem! Nein! Brem! Ich hab sie abgestattelt! Yo! Ey, warte mal, ich war abgelenkt! Ich hab doch grad gelacht! Ich könnte es genauso machen wie das letzte Mal bei Rob. Der letzte Punkt ist der entscheidende. Wollen Sie das? Sind Sie? Entweder jetzt oder nie. Das macht er, hat gewonnen! Toni Pioza! Auch nicht so ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will es aber auch nicht so gut. KuchenTV! Ei Blali! Tja, ruhig! Wer ist das denn? Der sieht so neutral aus irgendwie. Könnte jeder sagen. Luka Konkrafter! Ich weiß wer er ist. Simon Ruhe! Kupanito oder so. Äh... Äh... Also ich glaube ein amerikanischer YouTuber. Prank Bros! Nee! Michael Jackson oder so. Der sieht cool aus wie Prank Bros. Habe ich das so falsch gemacht? Also... Sieht genauso aus, Arme! Leute, sagt doch mal, schreibt in die Kommentare, dass du Prank Bros. Wer ist der Calvin oder so? Simon Decio! Joooooo! Oh, aber das ist... Er sieht mehr aus wie Prank Bros. Aber... Ja, es ist mehr Prank Bros. Aber... Was sagen sie eigentlich zu ihrer Niederlage, Herr Danergy? Sie haben sich sehr, sehr gut geschlagen. Ich werde zurückkommen! Es gibt ein Comeback, oder? Ich komme zurück! Vielleicht auch auf deinem Kanal? Ich komme immer wieder zurück! What the fuck! Okay, also auf jeden Fall... Kommt Danergy zurück! Vielleicht sogar im nächsten Video in dem Video beschreibt. Und nächstes Mal machen wir dann eine Challenge am Ende. Oder dadurch eine Bestrafung für den Verlierer. Hast du aber Glück gehabt dieses Mal, ne? Schreibt mal in die Beschreibung, äh, in die Kommentare, was wir für eine Bestrafung den anderen, dem Verlierer, geben können. Okay, cool. Und check auf jeden Fall noch ein Video bei Danergy ab und bei Falco. Wir haben noch andere Sachen erwarten, andere Sachen gemalt. Und natürlich nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu machen, wenn euch das Video gefallen hat. Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns das nächste Mal. Achso, äh... Glocke! Abo! Abonnen! Abonnen! Abonnnen! Abonnnen! Und Videos auf Checken bei diesen Boys. Und Küsschen da lassen! Ciao Bella! Küsschen da lassen! Nice man!